Heute sind wir wieder in den Nationalpark Garajau zurückgekehrt. Für Tieraufnahmen, insbesondere Zackenbarsche, ist es einfach der allerschönste Platz. Die Tiere präsentieren sich so voller Vertrauen vor der Kamera wie an keinem anderen Ort. Hier sehen wir einen Weitaugenbutt, dem ein Kameralicht wohl doch nicht so behakt. Die Butte leben in tropischen und gemäßigten Bereichen von Atlantik und Indopazifik. Bei den meisten Arten der Butte wird die linke Körperseite zur Oberseite des Blattfisches, wohin dann auch die Augen wandern. Butte ernähren sich von Boden bewohnenden kleinen Fischen und Wirbellosen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Unter diesem Felsüberhang stehen recht zutrauliche Bänderbrassen. Nur langsam dürfen wir aus großer Tiefe aufsteigen. Hier verbringen wir unseren Sicherheitsstopp für drei Minuten auf fünf Metern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017